Moment, ich darf mich wieder so vorspüren. Hatte ich nicht gerade was von nicht vorstürmen gesagt? Hallo, ich guck von hier hinten. Okay, Stimme. Oh, wow. Okay. Oh, wow. Oh. 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 Ja, komara. Soghi. Weri. Okay. Was ist das? Achtung! Alter. Oh nein. Das hat schon immer funktioniert. Ah, Dreck. Alter. Ja. 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 Geht weiter. Oha. Herzig. Hä? Ich kann nichts ziehen. Oh mein Gott, okay, das muss... Hä? Nein, das hab ich vorhin umgestellt, das war falsch, das wollte ich so nicht umstellen. Oh, ihr müsst mich dringend daran erinnern, äh, stell das Hocken um, Alter. Müsst ihr mir irgendwie, keine Ahnung. Das, das muss ich nicht umstellen, ich hab das falsch umgestellt, scheiße. Schau an das, Monster. Reds können alles hinterher schiehen. Schnapp ein Bild, die Ops wollen das sehen. Yo. Wahrscheinlich, oder? Diese ganz entspannte... Okay, time to get our hands dirty. I'm seeing guards. Aye, Admiral. Choose your target. Choose your target. Take your pick. Take your point and head down the slope. I'll hang back and cover. Das ist zwar lustig. Move up, you're covered. There. Snap pictures of anything that looks important. Maps, blueprints, whatever you can find. Ja, perfekt sieht das. Ey, allein dieses Lockpick-Ding, find ich einfach geil. Okay. Wichtige Evidence. Nein. Sieht aus, als würde Weiß gewinnen. Da. Das ist dann mit dem Prografieren. Ich glaube, das ist Prografier, ja, ne? Just look for anything that might be useful. Das du nicht an? Ah, okay, tatsächlich. Äh, oder hat der das jetzt einfach schon genommen? Träge ich nicht. Nö, sieht so aus, als... Ah, jetzt habe ich es fotografiert. Gut. Galena ist nicht... Hat man aber auch ja gesehen. Oh, Scheiße. Ah, ich würde das so gerne in Raid Tracing spielen, ne? Ja, okay, wir können... Brat. Ich kann mich eigentlich die ganze Anlage hier ausschalten. No Problem, ne? Ja, gut, okay, das war dumm. Ja... Ja... Das hätte ich gerne geschlichen. Mist. Ich würde eigentlich nur ausprobieren, was passiert. Aber... Sand in der Schadung. Geh zu gehen. Sand in der Schadung. Ja, nicht, dass mich jemand findet. Bitte? Hehe. Ich verstehe die Frage nicht. Oder ist das vorhin? Ich verstehe das. Aber das ist doch kein Problem. Und ich verstehe die Musiken. Ich verstehe das. 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 was ich mir nach hinein ist das gesicht ja 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 Danke Wurz, ich hätte es ohne dich nicht geschafft. Ah, wieder aus Weitere Entfernung, sonst habe ich ja keinen Fehler von mir gemacht. Ah, jetzt ist es wieder. Ist es sonst irgendwas? Ich habe einen Schraimann. Okay, ich habe einen Schraimann. Ich habe einen Schraimann. Ich habe einen Schraimann. Oh mein Gott. Ja. Ich habe einen Schraimann. Ich habe einen Schraimann. Äh. 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 Wir halten ab, alter. Okay, ich kann jetzt hier oben lang. Toll. wozu was los ist das denn okay wir haben hier ein komplettes komplett amerikaner nachbohr was okay bye oh they want a live fire drill hey ja gut die haben wahrscheinlich besten anwacht war ein bisschen dumm mann ich will ihn doch nicht machen ich will ihn doch nicht ok uli uli danke fürs uli uli hey danke fürs folgen warte er hat etwas abgelegt hh 3 schepp'n mir nie Zah!